Stufe 422, dann wollen wir hier mal spritzig beginnen. Sehr schön. So, lobe ich mir das. Wunderbar. Wunderbar. komm jetzt bist du dran ne da oben so hat er mal geschönet sehr schön das wird nicht gehen wahrscheinlich war doch ich würde schon sagen ich hab gar nicht mehr gescheckt ob ich noch zwei züge hatte hätte ich wahrscheinlich auch ohne booster geschafft na ja scheiß drauf sehen wir uns auf jeden fall im nächsten part haut da rein bis dann